Ich weiß, was für ein Tag heute ist. Trainingstag. Alles geht. Keine Ausrede. Immer ein bisschen besser werden. Weiter machen. Immer in Bewegung bleiben. Weiter machen. Immer besser. Alles geht. Nicht aufgehen. Weitermachen. Gib dein Bestes. Nicht aufgehen. Geh ab. Weitermachen. Gib dein Bestes. Aufstehen. Jeden Tag aufs Loch. Loslegen. Es geht nicht darum, zu gewinnen. Sondern jeden Tag sein Bestes zu geben.